Moin Leute, weiter geht's. Wir sind bei der UK Open. Spielmodus Einsatz, aber man muss 11 Legs gewinnen. Also Best of 21. Und ja, jeder hat bisher seine Aufschlagspiele oder seine Annahmen quasi verwandelt. Und ja, wir werden jetzt versuchen, hier mal das erste Break zu machen. 95 ist schon noch ganz gut. Einmal Bullseye und einmal Single Bullseye und Double Bullseye. Aber er legt hier richtig los, 140. Das ist schon heftig, was der hier gerade zeigt. Der will wohl nicht, dass wir rankommen. Aber 140 können wir auch. Zweimal 20, dreimal 20. Und jetzt ist die Tür doch ein bisschen aufgestoßen worden von ihm. Jetzt können wir zumindest uns das herausarbeiten, dass wir als erstes auschecken können. Also das erste Checkout haben. Dafür müssen wir noch einmal richtig gut treffen. Und die einzelne 20 reicht nicht. Sehr gut. Noch eine 60 hintendran. Und dann haben wir 141, glaube ich. Ne, ach, wir sind ja unten. Entschuldigung. Das ist immer komisch. Dann sind wir immer oben. Na, wir treffen die einfach nicht. Scheiße. Aber immerhin haben wir jetzt gleich drei Match, drei Set, äh, drei Breakdarts, sag ich mal. So, er schafft es nicht. Und das ist unsere große Chance. Und wenn er jetzt nicht mal was Dreifaches trifft, dann wird er eine ganze Menge hier noch überhaben. Jetzt gleich. Dann haben wir vielleicht sogar sechs Pfeile. Also die Runde ist bei ihm jetzt gerade, der Slack ist gerade richtig schlecht bei ihm. Und der erste passt. Sehr gut. So, darf es weitergehen. Und jetzt haben wir den Vorteil auf unserer Seite. Jetzt müssen wir immer nur unsere Spiele durchbringen. Klar, ein zweites Break würde das Ganze natürlich nochmal ein bisschen sicherer machen. Und die 180 hintendran. Und da wird er jetzt wahrscheinlich gleich verzweifeln, innerlich. Okay, er ist Computer, besteht aus Einsen und Nullen, wird wahrscheinlich nicht verzweifeln. Aber kann ja sein. Oh, und er macht auch die 180. Was ist denn hier los? So, mal gucken, wie viele perfekte Darts wir hier treffen. Ja, der vierte. Der fünfte. Und der sechste. Sechs perfekte Darts. Und das könnte ein neun Dart Finish werden. Das wär's doch mal. Das wär doch mal ein Highlight. Das gibt's nämlich nicht so oft. So, schafft er das auch. Ja, schafft's nicht. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Wird's der neuen Darts? Unser erster. In diesem Spiel. Ja. Triple 17. Nein, der wird's nicht. Schade. Sehr schade. Okay, aber immerhin sieben perfekte Darts ist doch auch schon was. Und damit haben wir natürlich das Spiel hier. Ja gut, er konnte gut miterhalten. Aber damit haben wir hier das Leck natürlich ziemlich dominiert. Und vermutlich haben wir jetzt auch noch sechs Pfeile. Weil 121. Ja, mal gucken. Machen wir uns keine Gedanken drüber. Einfach hier den jetzt versenken. Ah. Ah, nein. Doppel 5. Und bitte nicht in die Single 5. Jawohl. Passt. Und damit steht's 3-1. Sehr gut. Oh, ja. Lässt sich da nicht lumpen, ne? In the flop. 140 hätte ich auch gerne. Gerne auch die 180. Ja, sicher. Also, jetzt machen wir ihnen hier aber richtig Druck. Ding, dong, dart in. 100. So, Schnitt von 108 ist natürlich Weltklasse. Und der wird weiter erhöht, der Schnitt. Kann man den eigentlich hier auch sehen? 109,5. Also, Durchschnitt für ein Dart ist, ja, knapp 40. Für zwei Darts sind... Äh, für drei Darts sind's... Hä? Warte mal. Durchschnitt... Ah, ich weiß nicht. Aber DS3 ist auf jeden Fall der Schnitt. Und da sind wir bei über 10 pro Schnitt mehr. Und das sagt natürlich schon einiges aus. Bei dem Schnitt könnten wir eigentlich auch versuchen, ihn immer zu breaken. Und diesmal, ja, er hat zwar einen Out, aber wir können uns jetzt ein besseres herausarbeiten. So, was haben wir über? 48. Zwei Dart. So, und er? So, jetzt muss ich mal kurz gucken. 16, Doppel, 16, Doppel, 16, Doppel, 16, will er? Ich würde die 8 nehmen. Ach, komm, machen wir einfach, wie er es möchte. Ist eigentlich auch besser. Und passt. Sehr gut. So, damit haben wir ihn direkt das zweite Break genommen. Oder das zweite Mal gebraked. So, wie geht's weiter? Ah, mit einer 140. Na gut. Die war auf jeden Fall knapp. Und die nächste 140. Und die nächste 140. Das ist ein großer Einwunsch. 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 Dann wird er in. Achso, 84. Ja, Entschuldigung. Ich wollte schon wieder eine 180 werfen. Na gut, dann können wir uns den schön auf 20 stellen. Aber er ist diesmal richtig gut in dieser Runde da. Oh Gott. Oh, der war natürlich ganz doof. Aber er schafft es auch nicht zu finishen. Hätte mich jetzt auch ziemlich gewundert. Hm, Doppel-Acht. So, Doppel-Vier jetzt. Und er hat es nicht geschafft zu finishen. Jetzt haben wir nochmal drei Darts. Aber danach wird es dann knapp, ne? Da müssen wir dann schon zusehen, dass wir es jetzt packen. Jawoll. Super. Fünf zu eins. Also das ist jetzt doch schon ziemlich deutlich. Und ich freue mich auf die nächste Runde. Jawoll. Der. 60. Just what do you want, Dave? Bang in the middle. Ah, schade. Schade, schade. Aber wir haben ihn schon wieder den Vorteil weggenommen. Also wir haben jetzt weniger als er, 20, und haben quasi jetzt, sind vor ihm dran, obwohl er halt angefangen hat. Es läuft nicht optimal für den Gegner gerade, der erste war schon gut, das erste Spiel, was er gespielt hat, da konnten wir nicht rankommen, wobei, da waren wir auch knapp am Break dran, glaube ich. Was redet der Kommentator da, bitte? 126, ist nicht optimal, ne? Da fehlten ein paar Trippels. Ah, ich mach mal hier. Kein Bock auf Bullseye. Trippelzehn. Also die 15, das ist natürlich nicht gut, jetzt machen wir die 11. So, und ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt 141 hier checken wird. Ja. Ne, knapp. Knapp daneben ist auch vorbei. So, das sollte jetzt aber passen. Und das passt. Sehr gut. Damit steht 6-1, ne? Jawohl. Und wir haben hier die Chance, es auf 7-1 zu stellen. Ah, schade. Ei, ei, ei. Ach, Mensch. Ich wollte gerade sagen, will sich da jemand irgendwie auflehnen? Das ging ja mal gar nicht, ne? Naja, 140 ist schon okay. Okay. Na, und damit ist ein Vorteil... Weg. Und es ist nochmal die 180. Sehr schön. Also, die 180er-Quote, die ist schon richtig gut in dieser Runde. So, jetzt müssen wir... Triple 17, ne? Und dann das geliebte Bullseye. Aber, wenn es mal läuft, dann sollte das auch passen. Ne. Ist die 25 geworden, ne? Das ist ja total praktisch. Aber er kommt jetzt so langsam dann auch in den Checkout-Bereich. Aber, das sollte es jetzt eigentlich werden. Neun. Und der passt. Aber wir sind auch beim Checkout, sind wir so eiskalt gerade. Das ist schon richtig gut. So, 580er, 10 mal 140. Da kommt der Gegner nicht wirklich mit. Könnt ihr mal gucken. Schnitt ist bei 102. Hatte ich mir auch höher vorgestellt jetzt. Was soll's. Jawoll. Was bitte? Also, der eine Kommentator ist ein bisschen komisch. Ach komm, machen wir noch einen 180er, oder? Genau. Damit sollten wir zwei nächste Break-Darts haben. Doppel-16. Oh, war der knapp. Nein. So, er hat aber noch kein Checkout. Aber jetzt gleich. Aber Doppel-8. Das ist ja wohl machbar. Und da ist er drin. Wunderbar. Ja, 8 zu 1. Drei Sätze müssen wir noch, oder drei Lecks müssen wir noch gewinnen. Und, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder mit reinschaut. Leute, macht's gut. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Und, ja. Und, ja. Und. Und. Untertitelung des ZDF, 2020